Hallo YouTube Welt und herzlich willkommen zu myself zockt. Heute Ziv5, eine brandneue Welt sind wir am kreieren mit der mutigen Schweiz. Und wir machen auch wirklich gerade die Tete weiter, die wir letztes Mal aufgehört haben, weil ich bin ganz, ganz geigerig darauf, den Koreaner den Krieg zu erklären, damit die zwei Städte mal verschwinden und ich ein wenig weniger Gegner habe. Falls Korea überhaupt ein Gegner wäre, in meinen Augen nämlich nicht. Ähm, ja, die habe ich, wenn es nach mir geht, innerhalb von ein paar wenigen Runden überrollt. Jetzt schauen wir aber zuerst mal, was da noch passiert in dieser Runde. Es sieht aus, als wäre da nicht so viel. Ah, ok. 7. Jetzt könnte ich mich hier mal schnell informieren, ob ich einen Diplomat-Weltherrscher habe. 40 bräuchte ich, da bin ich ja noch weit davon weg. Ja, ok. Das wird schwierig. Wenn nicht sogar sehr schwierig. Ich lasse mir nochmal hier, du bist hier, bitte an die Eisenbahnschiene legen. Wie du hier auch. Und hier kommen wir langsam aber sicher ins Kriegsgebiet. So, ich könnte hier schon schiessen, dann könnte er aber mal 1, 2, 3, ja, das wäre eigentlich schon länger. Dann könnte er nicht. Warte mal noch schneller, Runde, warten noch schneller, Runde. Ah, das sind noch die einzigen zwei Einheiten, die ich habe. Und dann, ähm, brauche ich da einen Funkturm? Brauche ich da einen Funkturm oder eine Börse? Ich brauche eine Börse. Jetzt möchte ich wirklich jetzt schon den Krieg erklären. Wenn er kommt da hinsch, dann da, dann 1, 2, 3, ja. Wie sieht es da hinsch aus? Bin ich da schon bereit für den Krieg? Eigentlich nicht. Was da? Oh, dort habe ich noch einen grossen General. Also warte noch, Runde. Schau mal, was der hier oben noch hat. Ui, der hat ganz viele Schiffe. Die See macht Korea. Warte schnell, kann ich mit dir mal da rüber gehen. Schauen wir, was da alles so hat. Dann kann ich mit dir doch sicher da rüber. Mit dir kann ich da rüber. Die Lämmer, du kommst mit. Ähm, nein, dich und du kommst auch mit. Ist die Festung da endlich einmal gebaut? Super. Dann nehme ich da noch eine Kavallerie mit. Ich weiss nicht, was ich mit dieser wirklich möchte, aber ich nehme sie mal mit. Warte, 1, 2, ja. Äh, ich sollte eigentlich noch eine Artillerie haben. Und wir nehmen die auch noch mit. Und dann setze ich die da runter. Das kommt gut. Äh, denke ich. Ich sehe es dann. Ich weiss es nicht so genau. Aber ich denke, das kommt gut. Ja, nächste Runde. Nächste Runde. Wird Bousan. Was haben sie jetzt da gerade noch gemacht? Ei, ei, ei. Okay, 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 okay. Ich hatte gerade schnell müssen überlegen, wie das ich da am besten vorgehe. Ich hoffe, dass ich mit dem bis da runterkomme. Dass ich dann von da her, mit der Artillerie bis da runterkomme. Unterdessen machen alle andere Einheiten fertig. Und dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Jetzt, du machst Verbindung mit Schweiz. Der andere macht dann Verbindung mit Zürich. Du bleibst dort drinnen. Du kommst mehr hier rauf. Wie weit kommst du bis dort drinnen? Das ist ja eigentlich noch lustig, dass du so weit kommst. Schön. Warte mal da. So. Äh, äh, da, 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 so. Äh, geh mal da, geh schauen, was du da hast. Nichts. Wunderbar. Du bleibst dort. Du kommst eben da rauf. Aber eigentlich möchte ich da schnell noch zuerst fertig machen. Mit dir. Da rüber. Mit dir da rüber, mit dir da rüber, mit dir da rüber, mit dir da rüber, dann mit dir. So, fertig. Ja. Ja. Ja, ja. Der ist weg, oder? Jetzt können wir hier nämlich den Frachter gerade in Vatikan schicken. Das machen wir. Ja. Das machen wir. Äh, du kommst noch eins füren. Gut. Jetzt. Du. Schiessisch was? Ich glaube, ich schiess einiges auf den. Ich kann den Frachter nicht mehr nehmen, dass ich mit dem, da gerade kann, den vernichten. Sehr gut. Weil der hat dann nämlich schon mal keine Einheit mehr, die mich stressen könnten. Ähm. Habe ich dich gegen dich? Nein. Keine Chance. Gut. Gehen wir da rüber. Ein bisschen schauen, was es da oben hat. Du kommst da rüber. Schauen wir mal, was es da so hat. Dann kommst du mich und sagst, hey, hallo, du kommst da rüber, ja. Also da keine Diskussion. Dann gehen wir mit dir da rum. Ja, und die zwei sollten ja Länge. Baden. Macht. Ja, mach nochmal ans Landfahrts. Und Basel. Wäre zu haben für einen Leuchtturm. Ah, nein, warte schnell. Ich werde jetzt gerade ein paar Städte nehmen. Ich brauche noch ein bisschen Zufriedenheit. Möch mir den Basler Zolli. Und wir führen ein. Verdient. Ja, machen wir das einmal. Dann sind wir auf 944. 40. Wow. Das ist doch jetzt mal ein Sprung gewesen. Nicht schlecht. Ähm. Ja. Nächste Runde. Mal schauen, wie er sich da wird. Korinat. Aber jetzt sind die Gegner in der Nähre. Das RS verloren. Wieso denn das? Wieso denn das? Ja, das ist ja auch schon mal eine Strasse. Ja. 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 Wir haben hier wieder einen Frachter, du kommst von Malacca, ich finde du kannst dort auch gleich wieder hin, weil Amsterdam gibt zwar, aber es gibt immer auch 14, dann machen wir Malacca, das ist gut. Die Artillerie... Wo muss ich die hinzusetzen? Wahrscheinlich hier. Ah, wenn ich das... äh... Ich däusle. Jetzt komm ich nicht rein, wieso nicht? Wieso komm ich den nicht rein? Riebe mal dort... 3... 4... Kann der... Ist das ein Fan-Kaff... Äh, das sehe ich dann, ob der mich von weitem anschiessen kann oder nicht. Gut, dann haben wir da einen Panzer, der kommt sicher ein bisschen weiter als der Infanterist... Sonst stehe ich den, dann schiess da drauf. Komm da mal näher. Du könntest auch schiessen da drauf. Und jetzt habe ich doch noch genau eine Einheit, die dir vor der Stadt hände stehen. Du... und da machen wir einfach mal den Nebel weg. Gut, der bleibt. Dann kommst du mal bis hier rüber. Du baust mir hier eine Eisenbahn weiter bis nach Basel. Und dann kommen wir mal rein. Dort habe ich es nicht so gut überlegt. Aber besser gesagt, ich hätte es dort wahrscheinlich gleich noch etwas anders machen sollen. Jetzt machen wir einen Funkturm oder eine Kaserne. Ich glaube, ich mache ein Aquädukt. Und schauen, was wir sonst noch machen. In der Schweiz machen wir aber sicher den Funkturm jetzt. Äh, ich werde einfach renunziert. Gegner gesichtet. Ja gut, das ist mir gleich. Äh, jawoll. 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 Zähm mal. Zähm mal. Ohhh. 251 und ich bin bei mir. Pff. Ich bin mir kein." Ich bin Niene. Ah, jetzt hätte ich in Bern eigentlich mit dem Funkturm anfangen können. Nein, sicher nicht. Gib dir nicht einfach so Gratissilber, du musst mir schon etwas bieten dafür. Oh, ich sehe gerade, ich habe extrem viel Glauben. Ich könnte wieder mal so aus Jux einen grossen Profit machen. Und dann hier einmal diese Städte hierher oder auch hier wieder ein wenig Glauben verbreiten. Ja, ich glaube das wird also der nächste Schritt sein, den ich mache. Da müsste ich schon auch noch, aber ich gehe zuerst hier. Schöne verlegen. Du bleibst... Mit dir komme ich irgendwie da hoch. Ich weiss noch nicht genau wo, wahrscheinlich hierher. Ähm... Hier, du kommst mal eines entfernen. Du kommst auch mal eines entfernen. Du... Warte, du wartest... Du kannst morgen schauen, was es da so hat. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Ich komme. Gut, ich komme. Ähm... Tschüss. Ähm... Warte mal schnell, weil vielleicht... Lägt das sogar. Das lägt ja locker. Die brauche ich gerade nicht. Das überleben wir. Ich komme einen grossen Kriegstreiber Malus über. Aber das ist mir gleich. Ähm... Wir machen zuerst mal eine Marionette. Und heilen hier eine Runde. Die habe ich gesagt. Du machst Eisenbahn Richtung Zürich. Während du... Zuerst Schweiz oder zu Genf? Nein. Dann mache ich mir zuerst Schweiz. Gut. Winfield Scott. Wo brauche ich dich? Da unten sicher. Äh... Da habe ich zwar schon einen. Aber... Gehe doch mal auf St. Gallen. Jawohl. Gut. Jetzt habe ich da aber schon noch das Gefühl. Ich... Wenn ich den und den schon da habe. Könnte ich doch auch den und den schon da reinbringen. Und... Dich auch da. Ja. Das ist gut. So. Nächste Runde. Der... Oh. Ist du... Ja. Pech. Das ist gut. Hilft mir da der Buenos Aires Infanterist. Der hat... Flugabwehrgeschütze hat der schon. Nicht schlecht, oder? Also es ist wirklich nicht schlecht. Ich meine... Pff. Ich irgendwie gar nichts. Ich komme jetzt mal endlich zum Flugzeugträger und zum Schlachtschiff. Ja. Das hoffe ich auch. Dass Kaukia in Ehrfurcht ist vor mir. Und... Vale. Ja. Okay. Ich denke ich werde eh kein Weltwunder bauen können. Ähm... Sichtweite... Was ist das? Peritene... Ja ja. Nein. Machen wir es so. Du kommst auch wieder da rüber. Äh... Du hast das gemacht. Dann geh schon mal da rüber. Äh... Kann ich da jetzt auch? Äh... Dann machen wir noch das. Du nimmst. Du hast... Äh... Eisebauunterschiedene gelegt. Dann machst du das da weiter. Und du kommst da... B nehmen. Gut. Dann... 1 füren. 1 füren. 2 füren. Und mit dem... Nein. Der kommt da vorne. Ähm... Was ist jetzt da? Das ist so. Gut. Schiessen mal. Äh... Schiessen mal. Oder der. Ja komm. Ich muss noch ein bisschen Erfahrungen sammeln. So. Ähm... Du bleibst dem Fall. Und du... auch. Gut. Dann alles wieder zurück. Wo... Positionieren wir dich in Genf? Wo positionieren wir dich in Adliswil? Ähm... Ähm... Musst du heilen? Nein. Sieht nicht so aus. Aber du... Müsstest heilen. Ah! Nein! Äh... Ich tappe. Ja. Pech. Dann habe ich wieder einmal ein Seich umgeklickt. Ist mir... schon mal passiert. Ich gebe zu. In diesem ganzen Game. Oh! Schau! Jetzt kann ich das Forschungslabor machen. Dann... Mach doch das gerade. Das heisst... Das machen wir überall. Forschungslabor. Ähm... Forschungs... Labor... Nein! Warte! Du machst einen Funkturm. Und... Bevor wir es wieder vergessen... Hä? Einfach... Bevor wir es wieder vergessen... Kauft man doch schnell einen grossen Profit. Ähm... Wo sind wir noch da? Ähm... Forschungslabor... Und wo sind wir noch? Z... 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 Ne... Ist gut. Das ist wunderbar. Busan... Es geht noch... Fünf Runden... Ähm... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was? Aha! Der Winfried Scott. Kommt hierher. Ähm... Ja... Kommt hierher. Nächste Runde bitte. Was? Einer von... Sch... 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 Schiff... Busan... Aha! Da... Oh! Aha! Oh! 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 Ich brauche ein Schiff hier. Weil der könnte mich hier noch fertig machen. Das heisst, ich muss die Artillerie hier abhalten. Okay... 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 Das müssen wir gerade in Angriff nehmen, sonst Verhängnis. Ähm... So was kann ich dich upgraden? Ähm... So was kann ich dich upgraden? So eine Infanterie kostet recht viel Stutze, das sehe ich gerade. Und ich mache... Momentan kein Plus. Wieso auch immer. Wahrscheinlich habe ich zu viele Einheiten. Und... Verlege zu viele Eisenbahnschillene. Ähm... Dich kann ich jetzt hier einfach mal auf Platt machen. Gut... Der Tesla kann immer noch nichts bauen. Tesla... Aha! Du kannst nicht da hinten bleiben, weil die Karawane wieder drinnen ist. Gut... Wo kommst du? Von Palenque. Dann gehst du jetzt nach... Mongadichu... Äh... Panamasta. Das ist okay. Du bleibst... Ähm... Du bist da am Eisenbahnchenlecke. Du bleibst... Du... Schiessisch... Oh... Das lenkt... Das lenkt ja locker. Weil mit dir kann ich auch noch schiessen. Zack. Tschüss... Tschüss... Tschüss Seon. Schön bist du dabei gewesen. Ja... Es braucht dich nicht mehr. Ja... Und jetzt? Ich weiss es nicht. Jetzt habe ich einfach wieder viel zu viele Armeen. Und... viel zu viele Leute. Und... Ich tue mal ein paar... Ich tue jetzt die gleich auflösen. Obwohl du bist so ein super Lassier. Ich werde dich da unten brauchen. Ich werde dich da unten... brauchen. Dann haben wir jetzt den grosse Prophet. Ähm... Wo auf Reinfelden geht. Ja... Den lösen wir auf. Gibt 36 Gold. Und ich spare mir ein wenig Geld. Ähm... In Zürich machen wir das Forschungslabor. Jawohl. In Basel. Den Kornspeicher finde ich okay. Ja... Gut. Reinfelden macht mir jetzt gerade eine grosse Schuhe. Äh... Öffentliche Schuhe. Äh... Windfilz. Gott. Du bist irgendwie immer ein wenig... Ein Nachzügler. Und du kommst immer wenn die Runde schon fertig ist. Dass du auch noch irgendetwas machen willst. Äh... Ja... Jetzt... fände ich es da aber auf einmal auch nicht gerne. Komisch. Das heisst jetzt wird es... Gefährlich. Jetzt wird das Spiel wirklich gefährlich für mich. Ja gut. Zwar... Nein. Ich baue hier einfach alles mögliche mal rundherum. Oh... Habe ich nicht dort hinten wollen. Aber... Ist gleich. Ich bin schon mal ein guter Ort. Äh... Nein. Die Heiligenstädtenbau. Und hier... Machst du Selfies daraus bitte. Die Artillerie... Setzen wir hier in Stellung. Die Artillerie... Setzen wir... Nehmen wir mit hier runter. Eichrössli... Bringen wir hier hinten. Die ist gut. Hier haben wir einen Bautrupp, der das hier reparieren kann. Dann... Du kannst hier das machen... Und... Heilen. Und jetzt müsste ich anfangen dich upgraden. Wobei du bist nichts. Hä? Also wirklich. Da haben wir noch... Wo sind denn... Da haben wir noch... Du bist ja auch nichts. Wo sind denn alle meine... Grossen... Krieger hinkommen? Da... Du wärst offen. Bräuchte ich nicht. Ich bräuchte... Geschloss... Äh... Das bräuchte ich. Ja... Äh... Habe ich da alles nur auf offnigem Gelände? Wo... Habe ich denn eigentlich jetzt da gebraucht? Also den brauche ich. Dich nicht unbedingt. Aber... Dich brauche... Uh... Dich brauche ich. Gut. So, mein Wald baut jetzt den Funktur. Mit dir komme ich runter. Mit dir... Gehen wir da mal weiter. Ah... Ah... Ich setze jetzt da mal sicher noch schnell ein. Weil ich denke... Werden die... schon noch... Verteidigung brauchen gegen die Schiffe. Gut. Dann produzieren wir in Basel das Aquädukt. Jawohl. In Rheinfelden den Zirkus. Und... Äh... Jawohl. Äh... Super. Super. Über... Okay. So... Und dann gibt es ja wieder Städte zum umbenennen. Ja... Wobei... Nein, noch nicht. Äh... Wird es nicht schwierig? Ja... Da geht es noch 10 Runden... Da geht es... noch ein paar Runden... Ui... Ist mir eigentlich irgendeine Karawane wieder gesorgt? Eben, die brauche ich. Da vorne. Ähm... Da... 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 Du gehst... Aha. Kann ich in die Stadt hinein? Und dann... Ah, sehr gut. Ich habe immer gemeint, ich müsse nebenan. Aber ich habe ja auch in der Stadt hinein. Den Selfismus. Verbreiten. Logisch. Dich setzen wir hier in die Stellung. Und schlummer ich schon mal ein bisschen. Du gehst auf den Berg, machst das Gleiche. Du gehst hier raus. Und schaust, was passiert. Du hast das jetzt gemacht. Dann... Äh... Machen wir hier noch einen Handelspost. Jawohl. Du bleibst... Du... Oh, oh, oh. Wieder einmal zu viel gekriegt. Nicht, gut. Schweine gehabt. So. Genf braucht es... Jemand, der... Oh, aber weisst du was? Die braucht ich im Fall auch hier. Wirklich. Komm, du musst hier rüber. Ähm... Du gehst in Stellung und warte... Oh, habe ich die upgrade? Nein, eben. Dich brauche ich auch hier unten. Komm mal richtig... Mugadichu. Dann... Du... Du kannst von mir aus gesehen... Hier drinnen bleiben. Die brauche ich... Und... Und... Der Bautrupp... Baut... Das... Der Bautrupp... Der Bautrupp... Der Bautrupp... Der Bautrupp... Und... Meine Infanterie kommt... Jetzt werde ich dich gerne mit dir tauschen. Dann gehst du mal hier hoch. Ja... Und... Wir wählen... In... 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 Schweiz... Es... Forschungslabor... Und dann kommen schon die Abgeordneten. Hallo? So... Ah... Das... Das tun wir doch... Aber... Bekehrt... Äh... Gratz... Ideen mitteilen... Jawohl... So... Also... Weltherrscher... Gut... Ich könnte jetzt eigentlich für den Araber stimmen, um das Spiel fertig zu machen... Aber das wäre ein bisschen... Ne... Also... Bitte... Das mache ich sicher nicht... Gut... 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 Und... Ja... Machen wir noch eine Runde... Nur noch eine Runde... Also wirklich... Nur noch eine Runde... Nicht mehr... Nur noch eine Runde... Einfach noch eine Runde... Einfach noch eine Runde... Ähm... Habe ich nicht gesagt, du sollst eine Strasse bauen? Bau doch die Strasse... Jetzt bin ich mit dem... Voll den Falschweg... Eigentlich habe ich eine Artität rüber sollen... Was ist das da? Ah... Das ist eben das... Okay... Ähm... Eben... Nur noch die eine Runde... Und dann... Hören wir wieder auf... Ärger... Hören... Oh... Okay... Ja... Dann bring mal deine Atom-Bomben... Dann bring mal deine Atom-Bomben... Bin ich ja gespannt... Was die... So alles... ...bewirken können. Als würde ich es nicht kennen. Ich meine, natürlich habe ich Angst vor dieser Atombombe. Hör auf! Einen grossen Künstler hat es gegeben. Superb! So, also, kannst du jetzt mit dir duschen? Noch nicht, also kommt auch mal runter in diesem Fall. Das bleibt... Das bleibt... Da brauche ich jetzt endlich mal eine Strasse, besser gesagt eine Eisenbahn. Jetzt gehen wir auf Daegu. Oder braucht jemand noch meine Religion? Oh, da brauche ich ganz viel meine Religion. Aber das ist ja klar, es ist ja auch die beste. Lhasa zum Beispiel. Jerewan. Vatikan. Mogadischu. Mogadischu. Also, das habe ich noch zweimal. Also, jetzt mache ich noch Kuala Lumpur. Und... Mogadischu, finde ich gut. Also... Du bleibst hier in der Stellung. Und du baust hier eine Eisenbahn. Und du kommst hier rüber. Jaja... Jetzt sind wir ein wenig am Hin und Her zotteln. Ah, du bleibst hier drinnen. Da möchte ich mal schauen, was es noch hat. Hat es überhaupt noch etwas? Dann... äh... Ja... Bleiben wir mal. Mach da mal noch eine Eisenbahn. Du... Ja, du machst eine grosse Sache, ja. Uh... Aha, der Botticelli. Sehr schön, das ist ein schönes Bild. Das... Das finde ich super, dass das bei mir entstanden ist. Oder, dass das, ähm... Die beste... Kulturzivilisation, äh... Innen hat. Jetzt empfiehlst du mir tatsächlich eine Karawane. Ich meine, wie kann ich mich gegen die Atombombe wehren? Gar nicht, he? Hm. Ähm... Eine Chance. Machst du mir noch mal den Militärstützpunkt? Äh... So... Dann machen wir einen Vorschlag, hm? Nein, ich will eigentlich kein Luxusgut verbieten. Ich will... Komm, ich mache wieder die Naturbestätten. Das ist... äh... So... Ah! Okay. Das... Wollte ich. Das... Wollte ich. Mal schauen, was du machst. Was machst du in Bagdad? Forschung. Okay. Ja... Ah... Schau jetzt. Schau jetzt. Der schaut eben sehr gut drauf. Müsste ich das auch mal schnell machen? Äh! Weisst du was? Ich mache das offscreen. Weil ich denke, die Zeit ist rum. Und ich danke dir, dass du dabei warst. In diesem Sinne... Ich bin mich selber. Und ich danke dir, dass du dabei warst. Und du bist. Was du bist. Du bist. Und ich baier dich. Schau jetzt durch.